Ich weiß, ich weiß, Amazon Bilder können wirklich anstrengend sein. Nicht notwendigerweise das Erstellen der Bilder, sondern vielmehr die gesamten Reglementierungen, die uns Amazon auferlegt hat, zu beachten. Und da gibt es eine ganze Menge von. In diesem Video gehen wir einmal durch diese Punkte durch und schauen uns dann auch nochmal gleichzeitig an, was wir jetzt aktuell im Amazon Listing finden und welche Bilder da Term-of-Service-konform sind und welche nicht. Bleibt dran! Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier auf AMZ Pro, dein Gastgeber. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China und den Verkauf auf Marktplätzen, wie zum Beispiel Amazon, Ebay und dein eigener Online-Shop. Wenn E-Commerce dein Thema ist, dann abonniere jetzt den Kanal, drück die Glocke, dann bist du informiert, sobald ich hier für dich ein neues Video hochlade. Und tu mir noch einen zusätzlichen Gefallen, drück den Daumen nach oben. So kann ich hier noch mehr Menschen auf YouTube erreichen. Aber fangen wir an mit dem Thema. Im Seller Central gibt es einen Bereich, wo es nur um Produktbilder geht. Es ist aufgeteilt in zwei Kategorien. Einmal alle Produktbilder, also das trifft auf allen Bildern zu, die ich auf Amazon hochlade. Und dann nochmal spezialisiert auf Hauptproduktbilder. Das sind die Produktbilder, die im Listing erscheinen. Also atypischerweise dann das erste Bild, was ich hochlade. Fangen wir mal an mit den Parametern, die wirklich auf allen Bildern zutreffend sind und Anwendung finden. Das Bild muss natürlich das Produkt zeigen. Es darf nicht irgendetwas anderes zeigen. Es muss zum Produkttitel passen. Das heißt, der Nutzer, der im Listing oder im Suchergebnis auf einen Artikel draufklickt, der darf nicht irgendwelche wildfremden Bilder sehen, die nichts mit dem Produkt zu tun haben. Das Produkt muss mindestens zu 85 Prozent auf diesem Bild sichtbar sein. Also ganz kleine skalierte Bilder auf einer Riesendatei. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Pixelanzahl auf einer Seite muss mindestens 1600 Pixel betragen. Ich empfehle mal so 2000 Pixel, damit die Zoom-Funktion auch wirklich einsetzt. Ich zeige das mal gerade hier auf meinem Bildschirm. Wenn ich hier mir mal die Powerbank anschaue, dann sehe ich hier im ersten Bild, dass hier das Bild reingezoomt wird. Also hier auf der rechten Seite sehe ich eben, dass die Abbildung sich vergrößert. Das passiert nur dann, wenn eine Seite mindestens 1600 Pixel groß ist. Die längste Seite darf allerdings nur 10.000 Pixel groß sein, weil irgendwann ist ja auch mal gut gewesen. Das Format, was akzeptiert wird, ist JPEG, TIFF, PNG und GIF. Wobei JPEG das bevorzugteste Format ist, was Amazon akzeptiert. Bilder dürfen natürlich nicht verschwommen sein. Sie dürfen nicht verpixelt sein, also großes Skalieren von einem kleinen Bild. Das wird nicht so gerne gesehen und könnte dann tatsächlich auch dazu führen, dass die Anzeige bzw. das Bild nicht akzeptiert wird. Dass die Bilder keine nackten Menschen abbilden dürfen, das ist völlig klar. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Wenn ihr das haben wollt, müsst ihr auf anderen Seiten suchen. Die Bilder dürfen außerdem auch keine Amazon-Logos oder Prime-Logos beinhalten oder Alexa, um nicht Vertrauen zu erwecken, wo eigentlich kein Vertrauen da ist. Und auf den Bildern darf nicht sowas stehen wie Bestseller zum Beispiel oder Premium-Wahl oder Amazon-Choice. Das ist alles untersagt. Das obliegt nur Amazon selber, solche Auszeichnungen herauszugeben. Und dann haben wir noch die Hauptproduktbilder. Und hier wird es ein bisschen tricky. Und zwar muss das Hauptproduktbild auf einem weißen Hintergrund dargestellt sein. Rein weiß. Nicht grau, sondern rein weiß. Schauen wir uns mal an, wie das sich auf dem Bildschirm im Suchergebnis von Amazon darstellt. Hier habe ich beispielsweise mal Kinderbadeanzüge. Warum? Da komme ich dann gleich noch drauf. Und wenn ich hier mal drauf klicke, dann sehe ich, dass dieses Bild hier mit einem weißen Hintergrund abfotografiert wurde. Also genau so soll es sein. Das Foto selbst soll möglichst professionell aussehen. Es darf keine Requisite anzeigen und es darf nur das Produkt anzeigen. Das ist sowieso grundsätzlich so, was auch verkauft wird. Schauen wir uns hier mal bei den Powerbanks um. Und hier beispielsweise habe ich schon mal das erste Bild, was nicht dem Term of Service entspricht. Hier habe ich nämlich ganz klar die Sonne. Die Sonne wird sicherlich nicht da Zubehör sein zu diesem Produkt. Mit der Hand beispielsweise. Das entspricht auch nicht notwendigerweise dem Term of Service. Ist zwar ein schöner Vergleich, wie groß die Powerbank ist, aber ist nicht gewollt von Amazon. Hier haben wir noch ein zweites Problem, was Amazon überhaupt nicht gut findet. Und zwar, dass das Produkt, ein und dasselbe Produkt aus zwei verschiedenen Perspektiven dargestellt wird. Amazon erwartet hier in dem Hauptproduktbild nur eine Perspektive von dem Artikel. Und das Ganze, und das ist auch ganz wichtig, ohne Verpackung. Es sei denn, die Verpackung ist notwendigerweise Zubehör zu diesem Produkt. Das heißt, es ist Bestandteil für die Funktion. Wenn die Verpackung nur die Verpackung ist, dann gehört sie hier nicht auf das Produktvorschaubild. Das Hauptproduktbild darf im Übrigen auch keine Logos enthalten. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Gerade dann, wenn man sein Branding ein bisschen nach vorne schieben möchte, hat man ja ganz gerne mal Wasserzeichen oder Logos mit auf dem Bild verewigt. Das entspricht nicht der Term of Service und sollte möglichst unterlassen werden. Was außerdem noch wichtig ist zu wissen, dass das angebotene Produkt zu 100% auf dem Bild sichtbar sein muss. Also es sind abgeschnittene Kanten nicht zulässig. Es gibt hier eine Ausnahme und zwar Schmuck. Da darf man das tun. Selbst bei Models hat Amazon eine entsprechende Reglementierung getroffen. Und zwar dürfen die nur stehend abgebildet werden. Sitzen, kniend oder liegend ist nicht zulässig. Kinderbekleidung darf das Produkthauptbild nicht mit einem Model zeigen. Das bedeutet, dass man im Prinzip die Kleidung immer nur glatt fotografieren muss. Auf weißem Hintergrund versteht sich aber nicht angezogen. Und schauen wir mal jetzt hier gerade rein, was Amazon daraus gemacht hat. Deswegen hatte ich vorhin auch die Bademoden offen. Und zwar haben wir hier in den Bademoden hier ist alles richtig. Das entspricht dem Term of Service. Aber wenn wir hier mal ein bisschen runtergehen, dann haben sich die Seller über diese Reglementierung doch sehr stark hinweggesetzt. Das bedeutet, dass die Term of Service sicherlich existieren. Aber leider Gottes werden die nicht von allen Zellern eingehalten. Dann haben wir hier noch ein paar Abbildungen, die auch nicht dem Term of Service entsprechen. Beispielsweise hier diese Tasche kann als Fahrradtasche und als Rucksack genutzt werden. In der Hauptabbildung sind die einzelnen Anwendungsfälle abgebildet. Ist nicht zulässig. Es dürfte nur einmal die Tasche als Einzelobjekt hier sichtbar sein. Und alle anderen Bilder, eben die Anwendungsfälle, die dürften maximal hier auf den nachfolgenden Bildern erscheinen. Dann haben wir hier noch den faltbaren Rucksack. Da haben wir das gleiche Problem. Der Rucksack, den gibt es in verschiedenen Farben. Und der Seller hat hier die einzelnen Farben in dem Hauptproduktbild mit dargestellt. Das entspricht auch nicht dem Term of Service und könnte darin enden, dass Amazon dieses Bild löscht, den Seller bittet, ein neues Bild hochzuladen. Es gibt einen Strike und das Angebot wird erstmal, solange das Hauptbild gelöscht wurde, deaktiviert vom Listing. Das heißt, man kann es dann auch nicht mehr kaufen. Ist ärgerlich und muss nicht sein. Und das waren in der Tat die wichtigsten Parameter, die man beachten muss, wenn man Produktbilder erstellt. Am allerbesten geht man zu einem Service-Dienstleister, der sich damit auskennt, der weiß, wie man Amazon-Produktbilder erstellen kann. Vor allen Dingen, der weiß, wie man das Hauptproduktbild erstellt und was der Term of Service ist. Und dann ist man auch auf der richtigen Seite. Wie sind eure Erfahrungen bei Produkthauptbildern bzw. generell bei Amazon-Produktbildern? Ist es übertrieben, was Amazon da abfackelt mit weißem Hintergrund und das Produkt darf nur in einer Perspektive dargestellt werden, ohne Verpackung? Oder glaubt ihr, das ist der richtige Weg? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Drückt den Abo-Button und die Glocke, dann seid ihr informiert, wenn ein neues Video online geht. Hey, und den Daumen nach oben nicht vergessen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Tschüss. 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 Tschüss.